Doch, klar. Ach, ein Dorsier essen. Ich dachte, du wärst Bonbon, Entschuldigung. Ihr habt gerade die gleiche Farbe bei mir, deshalb... Ein Dorsier geht essen, dann wünsche ich dir natürlich auch einen guten Appetit. Was gab's denn? Gibt's denn Gutes? Ich glaube, ich frage eher, wenn er wiederkommt. Das ist, glaube ich, sinnvoller. So, jetzt, bitte. Einmal darüber, kriegst du's hin. Ah, der Steg ist halt echt nicht groß. Ich guck jetzt erst. Okay, das müsst ihr... Das muss sie ja hinzukriegen sein, so. Hey, you just passed your best note score for this world. Hm? Ich glaube, das war falsch. Komm ich hier eigentlich mehr rüber, oder? Woher bin ich da hochgekommen? Okay, scheiße. Das ist doch mal. So. Komm, einmal noch, Benjo. Einmal noch. Ah, das gibt's doch nicht. Ah, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Und da drin waren vermutlich dann nicht mal mehr Noten, oder? Und die Kamera war noch nicht so bockig, wer ist. Dann hat er auf ein neues. Und da sind ja genau noch vier Noten drin, die ich brauche. Oh Gott. Oh Gott. Pfeift hier irgendwo? Habe ich mich verhört gerade? Nein! Nein! Jetzt habe ich noch den falschen Knopf gedrückt. Ich fähre dich zum Hirsch hier. Jetzt habe ich den falschen Knopf gedrückt. Weil ich mich vom Pfeifen habe ablenken lassen. Nein! Hallo! Kamera! Kamera! Okay, bleib dir jetzt für immer. Ich dachte gerade, ernsthaft. Ciao. Cam. Verabschied. Komm, ich will das jetzt nicht mehr machen. Zupf doch einmal noch darüber und zu dem komischen... Wie heißt der? Boogie. Na? Ich stand doch drauf. Manns! Langsam kotzt es mich auch nicht. Immer dieser scheiß dumme gleiche Weg. Nein! Nein! Ah, ich war oben. Ich war oben und ich dachte, ich musste nach rechts. Was ist jetzt? Äh! Nie zu lange. Gäste jetzt, wenn wir jetzt noch ertrinken. Echt? Das wärs noch. So. Jetzt. So. Boah! Jetzt nichts falsch machen. Jetzt bitte einfach hier hoch. Sehr gut. So. Hier. 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 thanks for me waren hier drin keine Noten. Warum sagt ihr mir nicht, dass hier drin keine Noten waren? Was ist hier ganz umsonst hin? War ja nicht mal ein Jinjo oder sowas. Gar nichts? Echt? Gar nichts. Deshalb mache ich mir so einen Stress. Danke Leute, danke. Warum habt ihr mich nicht davor bewahrt? Wirklich. So, das heißt, uns fehlen noch drei Noten. Und zwei Puzzleteile irgendwo. Mal abgesehen, ja jetzt kann ich hier runter. Mal abgesehen davon, wir beobachten nur. Ja, ihr lacht euch ins Feuchtchen. Ich weiß es schon. Was wollte ich jetzt sagen? Was wollte ich jetzt sagen? Jetzt war ich in allen Türen. Ne, war ich nicht. War ich nicht. Hier war ich drin. Beim Schachspiel war ich noch nicht da, dann glaube ich noch Noten, oder? Ja, wo ist diese dumme Schalter? Der den Hülier sehr aufmacht. Den muss ich noch finden. So, das haben wir. Das haben wir. Und es fehlt der gelbe Chigi. Wo ist der gelbe Chigi? Und waren hier hinten noch Noten? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Wo sind dann die letzten drei Noten? Ihr macht mich fertig, ich. Ihr macht mich fertig. Und zwei Puzzleteile brauche ich noch. Wo sollen die sein? Hä? Weißt du das? Achso, unten vielleicht. Vielleicht sind die, also ein Puzzleteil ist vermutlich, wenn ich bei Majora alles besiegt habe. Die Fehler haben ich auch. Vielleicht waren ja draußen noch Noten. Weil ich glaube, da waren auch keine Noten mehr. Oh, vielleicht ja hier unten. Ah, hier pfeift sie auch. Schön. Gibt's auch nicht. Okay, hatten wir aber schon. Shit. Da ist ein. Zwei. 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 Ich wusste, es sind zwei. Es sind zwei. Das heißt, uns fehlt wieder eine einzelne Note. Das nervt mich wirklich. Wieso bekomme ich überall nur 99 Noten. Das ist doch unglaublich. Ich guck jetzt. Jetzt gucken wir mal. So, ich habe hier 99 von 100. Ich habe hier 99 von 100. Ich glaube, in Kakariko wählen wir sogar 6 Noten. Ich habe hier 99 von 100. Ich habe hier 95. Oh, der Kokiri Forest. Da sollte ich vielleicht noch mal hin, oder? Den zwei Gingis und ein so komisch Teil. Und noch 5 Noten. Death Mountain. Death Mountain habe ich alles. Aber das ist auch echt der einzige. Von den Soras Domain fällt uns auch noch ein Chiqui. Das ist natürlich nicht so glücklich. Okay. Aber dann gehen wir noch zu Majora. Also nicht zu Majora. Und der Zeichnung von Majoras Maske auf dem Bogen. So, und hier waren ganz viele Gingis. Naja, wenn ich mich noch richtig erinnere. Deshalb. Und ich habe die Dinger immer ausgelöst. Deshalb fehlen uns Klappe Eier. Ui. Das war aber jetzt nett. Wenn ich da rein mache. So richtig könnte ich ihn ja auch so auslösen. Ja. Ah, okay. Jetzt habe ich nicht mehr einen Dinger verloren. Und zum Schluss kam die Kiste. Das weiß ich noch. Okay, ich verstehe nicht ganz genau, wie die funktionieren. Diese TNT Kisten irgendwie... Ja. So nicht. Werden die ausgelöst, wenn ich zu nah ran gehe? Ich weiß nicht. Hm. Oh, okay. Ich finde es unfair, dass die durch Türen gehen können. Jetzt kommt da auch noch so ein Ding. Okay. Okay. Könnt ihr aufhören mit in andere. Ah. Wo kam die jetzt her? Habt ihr die gesehen? So. So. Schau es mich lustig jetzt. Alter, was ist das? Ich muss jetzt... Ah. Ja, geil. Der ist jetzt auch mit Runde gefallen. Ach komm. Leute. Irgendwann ist auch mal Schluss hier, ja? Geh weg. Kann die Hand wenigstens mit dir oben bleiben? Nicht, okay. Sag mal. Adi, okay. Die ist nicht durchgegangen, obwohl ich... Jetzt ist sie weg, oder was? Trotz Goldfäde war die noch da. Jetzt. Oh, jetzt sind wir ganz auf. Was am Arsch. Ah. Moment. Mein Gott. Was am Arsch. Ich trinke. So. Mal gucken, ob ich das diesmal hinbekomme. Oder hab ich schon an der Türscheine. Oh, das war ja echt auch so dumm letztes Mal. Aber vielleicht kann ich den ja auch mit Goldfedern kaputt machen. Ja. Okay. Immerhin mal. Anfangen mit den Federn. So. Gut zu wissen. Das war jetzt ein bisschen gecheatet, aber... So. You splintered me. Take this. I didn't want it really. So. Also, ich würd sagen... 99 Noten, 2 von 2 Honigwarben, 10 von 10 Chigis. Wir gehen nach Hause. Okay. Okay. Hier hätt ich mir noch... Sachen holen können. Äh. Mehr Energie holen können, wenn ich so brauchte. Die Note wär mir lieber geholt. Naja. Die einzige Note. Ich dir schaff. So. Und wie machen wir jetzt weiter? Und wie machen wir jetzt weiter? Chito. Wo ist der Schalter für den Schalter? Ich will ja sie. Ich jetzt gucke, wie wir da hinkommen. Ja. Oh Gott. Jesus Christ. Ich bin echt. Eier. Yes. Wie sie lachen. So. Hier war ein geheimer Weg. Lost Woods. Kokiri. Forest. Und ich will nicht weder in die Lost Woods noch in den Kokiri. Spannungsgericht. Shh. Ich bin echt ein friedlager. Woher? Woher ist ein Und ich weiß nicht, wie geht's. waren wir schon, glaube ich. Okay, hier ist gerade der Waldtempel aufgegangen. Da brauchen wir ein Bild für den Hylia-See. Dass der aufgeht. Aber da bin ich dann auch nicht beide. Wo kommen wir denn hier raus? Okay, am Anfang machen wir in den verlorenen Welten. Hmmmm. Hmmmm. Jetzt haben wir jetzt hier keinen Ofen. Das mache ich mal anders. Wie geht der Hylia? So, ja, wir gehen einfach mal hin. Good job, guys. Keep going. Warte jedes Mal. So, wo könnte das aufgehen? Wir müssen auch irgendwann noch mal zu diesem Kirmes gehen. Das war ja so witzig. Hier können wir Tag und Nacht machen, oder? Oder auch nicht. Doch. So, jetzt ist es Nacht. Aber ich glaube, das bringt uns nicht. Hier ist ein Schädel. Hier ist ein Schädel. Kriegen wir den denn? Oh. 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 We're still in this mod. I was kind of hoping it was just... Oh nein. Ich glaube, hier waren wir noch nicht drin, oder? Gucken wir doch mal hier. Lass uns mal ein Puzzle ins Wasser. So. Tada! Ja! Das... Das ist ja doch. Wie viel brauche ich da? Zwölf? Zwölf haben wir. Yay! Na also... Das ging jetzt sogar schneller, als ich dachte. Ehrlich gesagt. Und da... Dann schien auch gut. Dann gehen wir doch mal... zum Lake Hylia. Und gucken. Das heißt aber, der ganze See ist ein Level. Also vermutlich auch... Und hier hoch? Ne. Kommen wir an den Schädel ran. Oh, hölla! Also vermutlich ist der wasser Tempel... ...im... Was der wasser Tempel ist kein extra... ...bereich... ...sondern im Lake Hylia... Vielleicht ist er dann nicht ganz so groß wie normal... Ja, das wäre ja schön. Okay, hier geht's raus. Können wir ins Labor? Das ist auch so ein Ding. Wie kriegen wir das jetzt weg? Das sieht so blöd an der Leite. Ja, da geht's rein. Gucken wir doch gleich mal. Deine Sower landet okay. Find das jemand? Was macht hier so seltsame Geräusche? Kann ich fragen, wie komme ich denn da ran an die Mute? Ach, da oben. Da ist so ein Viech. Und was ist das daneben? Eine Haschmaschine? Oh ne nervige Puppe. Oh ne nervige Puppe. Der Mute mal in die Kisse kann ich nicht ran. Doch, komm ich ran. Äh, aber jetzt komme ich doch nicht chill, das ist doch cool. Äh, aber jetzt komme ich doch nicht chill, das ist doch cool. So, okay. Mit Waschmaschine. Mit der Waschmaschine. Also Mini-Waschmaschine, ja. Mini-Waschmaschine. Oh, hier ist wenigstens das Wasser wieder normal. Hier ist eine Kiste. Eingesperrte Chindo. Hm. Hm. Vielleicht gibt's hier ja einen Chumbu. Ja. Äh. Ja, wie kommen wir denn an dich ran? Irgendwie ins Gatte hochlassen, oder? Und rausfinden wie? Oder kann ich, kann ich das vielleicht kaputt machen? Ja. Zack. Die grünen finde ich besonders hübsch. Weil die so ein weißes Bäuchlein haben, das finde ich süß. So. Dann haben wir schon mal alles aus dem Labor. Hier können wir angeln. Ich frage durch dir, sehe ich schon ein Gefühl, da müssen wir nicht in Wassertempo. Ach, du meinst. Ach, du hast du die rät im Wasser geschaut. Nein, ich fiele nicht in Wassertempo. Wie嫌. Wie ist die Bär-Bär? Wie ist die Bär-Bär? Wie ist die Bär-Bär-Bärin, dass du eine Bär-Bärin geholztest? Wir sind in dünn. doch okay sagen ich gar nicht drauf das ist mir zu Nee, ist nicht so. Er bleibt noch nicht stehen, wo er sollte. So, jetzt aber. So. Wo ist der noch? War aber wieder bester Freund hier. Und da noch, schaffst du das? Nein, okay. Oh, ich sehe, er ist offen, ne? Er ist echt offen. Was ist da? Was ist das, das sieht irgendwie seltsam aus? Ich hab eigentlich jetzt gehofft, dass auf dieser Brücke schön viele Noten sind, aber... Ah doch, da war eine. Ich hab's noch nicht geladen. So, was weiß ich so gut wie viel? Okay. A shock jump disc is all tied up in the laboratory. Schock. Ich hab ne shock jump disc im Labor. Why don't you go and break goddess Helia's heart? What? Oh, das ist so offen. Ne? Äh. Bei Lächtcrap sind sie den Verlieren. Dann hab ich den zweiten Pfolzmann. Eh. Schock jump disc is all tied up in the... Tied up. Okay. Wegkommen erfolgreich. Das ist der für den Spiele? Meine Party! Auch eins meiner Liebensspiele. Okay. Doch, da sind ein paar Minuten. Ah, ist kein Grab! So, und wie töte ich dieses Vieh? Damit ich da wegkomme. Wie mache ich das? Die haben auch keine Anhöhe oder so, von der ich schießen könnte. Ah, das passt mir jetzt aber gar nicht. Okay. Aber dann gehen wir mal angucken, ob wir angeln können. So, das ist ein Haus. Okay, da ist das Geiz in der. Und... Ja. Was wrong now blubber butt? Grunty's gone and filled me all fish in hole full of muck and grime. Can we help Captain Blubber? Not much you can do, but if you find anything by cleaning it be yours. Furchtbar. Gott ist das ein riesen Vieh. Der, äh, das sind ja Arschies. Der, äh, das sind ja Arschies. Der, äh, das ist ja Arschies. Der, äh, das ist ja Arschies. Der, äh, das ist ja Arschies. Ja, das ist ja Arschies. Da klitzern's wieder. Seht ihr das? Together so'n komisches Glitzern, wo dann doch nix ist. wir müssen wir lassen sich ja bewegen wenn man sie trifft das ist die letzte note ich glaube so ein schritt ein schritt zu weit jetzt da ist ein stein wie kriegen wir die in den kaputt da war es drin jetzt habe ich nicht gesehen hat da jemand reingekommen die krillen steig und ja aber sonst nichts wie es aussieht das kannte ich nicht für den n64 ich weiß nicht so aus das war es hier hier steht auch noch was wieder da herzlich willkommen zurück das ist auch ein to rock das gab es gutes zu messen dann doch sie hat jetzt können wir nicht mehr an wir haben deinen see sauber gemacht okay heul halt weiter dann heul doch so dann würde ich sagen tauchen wir mal ab wie ist ein Fisch wieder okay die müssen wir irgendwie weg luren weiß aber nicht wie ich will nicht in den wassertempel ich will nicht in den wassertempel ich will nicht in den wassertempel ich will da wirklich nicht rein ach der sagt so okay vielleicht geht der ja gar nicht was ist das ist auch ein seltsamer Fehler so und was machen wir denn jetzt hier ein Chigi fertig geht es hier rein ich kann kein unter Wasser angriff leider und hier komme ich auch nicht hin mit einem Ei hier muss ich ja das Wasser ablassen ich verstehe sie nicht ganz aber die Truller hat ja gesagt hier wäre irgendwo noch ein TideIP Informatik Sprungdings Das sehe ich aber nicht sehe ich nix Grünkohleeintopf mit mit Händen Mit was? Hier vielleicht. Teil ab. Was ist denn mitten denn? Doch, hier ist es. Okay. Aber? Ah, hier ist er mit. Das funktioniert auch nur, wenn ich perfekt stehe, irgendwie. Ah, da. Da ist ein kleines Loch. Nee, ist nicht. Ist ein nur so aus. Oder wie? Hä? Hm. Nee, hä? Was soll ich jetzt mit dem anfangen? Ich check's nicht. Ich check's mal wieder überhaupt nicht. Das sieht aus, das wäre der einzige Punkt, an dem man durchkommt, glaube ich. Weiß es nicht, aber das ist zu klein für mich. Nee, geht nicht. Geht nicht. Was wollt ihr von mir? Spieleentwickler. Verstehe es nicht. Verstehe ich nicht. Mitenden. Typisch deutsch. Was sind mitenden? Also, von Matt, oder? Das hört sich irgendwie nicht sehr lecker an. In meiner Vorstellung sieht das ganz grausam aus. Erzähl mal, was das ist. Was ist das hier? Was ist das für ein Spiel? Das sagt mir was. Das sagt mir was. Da ist Fox. Fox beat Mario Galacti. Hey, Fox. Im Labor. Fox! Ich glaube, der ist tot. So, dann gibt's ihm noch ein Ei. Und? Was ist das hier? Ich brauche nicht. Ah. Ah. Okay. Okay. Nur leider kommen wir zu den Gerudos auch nicht rein bis hier. würde ich sagen dass das tor auch noch zu irgendwie aber immerhin haben wir jetzt das puzzle aktiviert in dem fall luftgetrocknete sollte geräuchertes matt in würstchenform ok das schmeckt das stelle ich mir richtig eklig vor ehrlich gesagt was das ist ja auch vor mir bisher gibt es keinen coolen also kann ich es beben irgendwann tue ich nur noch so als ob ich trinke irgendwann so im eintopf schmeckt es ok im grünen kohleintopf ok solange es dir schmeckt ist ja gut das ist nachher nicht vergessen ja aber ich wie gesagt ich weiß gar nicht wo das ist oder ob es ihn überhaupt gibt und jetzt ich dachte eigentlich vielleicht kommen wir so aufs dach und ich könnte kohle lassen schwebende inseln ich könnte dieses dingeblatt machen kann ich aber nicht wieso nicht nach dem es geht nicht ich töte mich hier nur selber da kann dazu zum feuerpfeil des bämmort also jetzt was denn oder jetzt was ja ja guckst du ich tue so als ob ich trinke ich glaube ganz unten bei den einstellungen des wassermarschdings ok wisst ihr was das schaue ich gleich ich gehe noch auf die insel ich gehe noch auf die insel da geht es irgendwo weiter noch da sind wir zwei punkten ich bin gar nicht da ich bin gar nicht da ich gehe weg so ok pass auf ich schaue das gleich ganz unten bei den einstellungen wo war das denn überhaupt kanalpunkte belohnungen so wassermarsch bearbeiten einlösebegrenzung abklingzeit da ist abklingzeit und begrenzung ich kann euch tagelang kann ich euch eine begrenzung geben ich kann auch eine einlösebegrenzung pro stream machen oder einlösebegrenzung pro benutzer ja das ist es glaubt das ist aber jetzt auch ein bisschen blöd ich kann nur minuten stunden tage eingehen abklingzeit ok dann mache ich erstmal die einlösebegrenzung pro user habe ich jetzt gemacht und dann mal gucken pro benutzer oder globaler cooldown klingt doch gut ja ich habe es jetzt pro benutzer auf 10 eingeschränkt so wieviel muss ich jetzt noch trinken 1 2 3 4 5 nein das glaube ich noch also ihr könnt das jetzt höchstens 10 mal noch machen im stream ich glaube das reicht schnell bevor sie es wirklich macht ja also wie gesagt das ist jetzt erstmal so ein kompromiss wenn ihr mehrere leute seiten sparen wollt könnt ihr das trotzdem noch machen ich behalte es mir von cool dann rein zu machen aber ja da geht irgendwie nur also das mindestens für eine minute das finde ich auch ein bisschen lange als cool dann hallo lena bist du wieder da oder immer noch wie geht es so wie er schon guckt siehst du wie er guckt boah ich hab sie nicht erwischt so dann gehen wir mal den schwebenden fels nach in dem fall bin ja so gut mit schwebenden käsen und so mhm bienen liebe bienen ich habe keine schwebenden das ist jetzt ein bisschen scheiße doch habe ich noch habe ich den falschen knopf gedrückt den wollte ich nicht mehr drücken ok scheiße könnt ihr nicht weg gehen das ist natürlich jetzt echt beschissen ich glaube kommen wir nicht mehr nach oh man ich sollte mich mal wieder ein bisschen frisch machen und sehe ich wie soll ich denn da rüber kommen da kommen wir schon mal gar nicht rüber so mein zweiter ich war doch nie weg ach so ich weiß nichts mehr gesagt dann dachte ich du hättest mich allein gelassen so ich weiß jetzt nicht genau was da unten war weil ich sehe es nicht wirklich nein aber es ist wohl weg ich falle nicht falle nicht falle nicht ja ich wusste es als ob als ob ihr normale grabsteine seid oh scheiße ok aber jetzt wenigstens wenigstens noch bienen waben und die kann mich im nottag nochmal auffrischen einmal herznoten da unten weiß ich muss auch noch eine runde nee nee du bleibst schön da so jetzt muss ich nochmal an den bienen vorbei ach wir ligieren so ein fliegendes Reitier wie in Final Fantasy Ah, okay, da war was drauf und das habe ich platt gemacht, oder nicht? Was ist da? Was ist da jetzt? Schäde. Muss ich mich da nachher noch runterfallen lassen? Oh, ne, scheiße, ich dachte vielleicht, komme ich so ran, dass ich nur einen aufwecke, aber ne. So. Nein. So ein Stress. Ein Puzzleteil. Ne, da hätte ich ja kein geiles Hühnchen mehr zu gucken. Und was ist mit Puschi? Ist ja kein geiles Hühnchen. So, jetzt muss ich mal schauen. Da hoch. Wie soll das gehen? Wie soll das denn bitte gehen? Aha, break Gottes Hylia's Heart, oder? Das heißt, hier müsste es theoretisch irgendwo eine Flugflugplattform geben. Wo wir dann voll in die reinrammen können. Ähm, ne. Dann musst du halt mal selbe streamen, Lena. Hab ich auch mal was zu gucken. Also dieses Level ist echt ein bisschen seltsam für mich. So, yes. Was? Hab ich nicht gedacht, dass das gleich klappt. Ich vermute, die Flugplatte ist auf dem Labor. Aber... Ich weiß nicht, wie ich da hochkomme. Vielleicht finden wir ja noch was im Wasser. Krabben weglocken und Schigiklauen, wie war das? Okay, und wie soll ich die weglocken? Ja, zieh doch hoch. Wie soll ich die weglocken? Heute ist auch gut. Das tue ich mir nicht an. Warum denn nicht? Irgendwo habe ich hier vorhin auch noch genau Noten gesehen. Sag mir, dass ich eine vergessen habe. Ach komm. So gut. Hab ich wieder so eine seltsame Anzahl an Noten. Oh je, oh je, oh je. Oh je, oh je. Ich brauche dringend eine Flugplatte, würde ich sagen. Und was mit den Krabben habe ich nicht verstanden. Wir sind da jetzt schon wieder Bienen. Ich mag keine Bienen. Und ich hätte so gerne in geheime Höhle hinterm Wasser fallen. Vielleicht könnt ihr Bienen, weil das Ding hier kaputt machen. Nicht. Aha. Hier hat sie noch einen Schädel. Ich bin hier so viele Schädel, aber nirgends ein Jumbo. Wieso nicht? Ich glaube, ich muss runter. Ich komme hier gar nicht mehr hoch. Unverschämt. Unverschämt. Wo ist Jumbo? Ich brauche ihn. So, hier waren wir. Hier war nichts mehr. Was? Kannst du noch? Hast du nicht schon 10 verbraucht? Oder gilt das jetzt ab jetzt erst? Okay, die sind arschig, die Krabben. Die sind echt arschig. Also, Mastermarsch. So. Bemute ich mir jetzt auch jetzt. Wie weit folgt die mir denn? Ah, okay. Die folgen mir relativ weit. Ja, so. Scheiße. Scheiße. Und jetzt ist das Chigi jetzt unbewacht. Oder kommen die gleich wieder? Nee. Ha. So. Das war jetzt ein bisschen risky. Also wird heute die Flasche trotzdem nehmen. Vermutlich. Vermutlich schon. Mir reicht die... Die Geilspechte in Facebook und Discord schon. Da brauche ich mich nicht noch vor eine Cam setzen. Echt? Guckst du, das Problem habe ich gar nicht. Oh, ja. So pur. Danke. Dann die Mami. So. Bin ich aber immer noch nicht weiter. Bin ein bisschen weiter. Ich habe ein Schinni. Ähm. Ja, aber Lena. Das heißt ja theoretisch. Also theoretisch siehst du jetzt echt gut aus. Jetzt stelle ich mich dir, die, dich echt, echt hübsch vor. Und du würdest vielleicht echt Kohle machen mit... Mit streamen, wer weiß. Wer hat mir einen Tipp, wie ich dieses Scheiß, wie ich placken kann? Oder aus Dach kommen. Wer hat eine Idee? Das ist viel zu weit. Da kommt doch niemand rüber. Also ich gucke noch mal von innen. Aber ich glaube, da ging es nirgends hoch. Geil. Geil. Wie geil. Wie geil. Noch nie gehört. Ich auch nicht. Tatsächlich. Ich glaube, da geht es. So. Geht's doch nirgends raus, oder? Nur da, wo Fox ist. Und da komme ich nicht hin. Geht's doch nirgends hoch. Da geht's. Das wieder geht es und liegt weit nach hinten. Das ist es. Vielen Dank.